Musik Wir sind hier in der Lage, mit für uns relevanten Entscheidern von Lead-Unternehmen in Kontakt zu treten, mit ihnen relevante Prozesse durchzusprechen und dadurch mögliche neue Lösungen vorstellen zu können, die ihnen in ihren Prozessen unterstützen und uns helfen, neue Projekte zu gewinnen. Sehr großes Interesse. Wir haben einen weiten Kundenstamm, der sehr viel am POS mit Filialen vertreten ist, zum Teil auch mit Franchise-Partnern, von denen sie eigentlich relativ negative Resonanz auf das Projekt E-Commerce erwarten. Die Möglichkeit, jemanden wie Gaxos einzusetzen, bedeutet halt wirklich, die anderen mit teilnehmen zu lassen an dem Gesamtprozess E-Commerce, sodass man selber in der Lage ist, sich im E-Commerce zu positionieren. Musik Musik